Themenreihe FreePWX Asterisk Teil 4.28.4 Backup der dynamischen Routen Herzlich Willkommen! In diesem Video geht es um das Backup der dynamischen Routen. So, nun sollte man ja meinen, die dynamischen Routen kann man ganz normal über das Modul Sichern und Wiederherstellen in der FreePWX mitsichern, aber leider ist das im Moment noch nicht so. Das Modul Dynamische Routen kann über das Modul Sichern und Wiederherstellen in der FreePWX im Moment nicht mitgesichert werden. Es ist noch nicht Bestandteil dieser Sicherung und deshalb sind dazu zusätzliche Schritte notwendig. Sankoma hat versichert, dass das Modul Dynamische Routen noch eingearbeitet wird in das Modul Sichern und Wiederherstellen, aber im Moment haben wir das nicht und deshalb müssen wir, wie gesagt, andere Wege hier gehen. Wie man die Konfiguration der dynamischen Routen automatisch mit dem Backup in der FreePWX mitsichern kann, das zeige ich Ihnen jetzt in diesem Video. Bleiben Sie dran, gleich geht es weiter. Was wird benötigt? Sie benötigen eine FreePWX, mindestens konfiguriert nach Teil 1 bis 3. Der Teil 4.3, Sichern und Wiederherstellen der Konfiguration, sollte umgesetzt sein, damit Sie entsprechende Kenntnisse über Backup und Restore in der FreePWX haben. Einer der Teile 4.28 sollte umgesetzt sein, damit Sie auch eine dynamische Route haben, denn wir brauchen ja mindestens eine dynamische Route, die wir dann sichern und wiederherstellen können. Sie müssen die Installationshinweise und Backup-Skripte von blog.griebsch.de heruntergeladen haben. Die entsprechende Adresse, den Link, den schreibe ich unten drunter unter das Video. Sie benötigen ein WIN-SCP und Sie benötigen ein Notepad++. Wir befinden uns hier wieder in der FreePWX-Verwaltungsoberfläche und als erstes verschaffen wir uns mal einen kleinen Überblick. Wir schauen also mal hier rein in die dynamischen Routen und hier sehen wir, das sind meine dynamischen Routen. Davon sollten Sie also auch wenigstens eine irgendwie haben, denn sonst können wir ja nichts sichern und auch die Wiederherstellung folglich nicht testen. So, jetzt schauen wir uns das eigentliche Problem mal an, was wir im Moment haben, nämlich hier im Modul sichern und wiederherstellen, schauen wir mal in irgendein Backup rein, da finden wir hier unter den sicherbaren Modulen nicht das Modul dynamische Routen, wenn Sie hier mal durchschauen. Das ist nicht da und aus dem Grund müssen wir jetzt über Skriptprogrammierung hier eine Lösung schaffen, dass die dynamischen Routen, die Konfiguration der dynamischen Routen bei einem Backup ebenfalls mit gesichert wird. So, dazu legen wir uns einfach mal ein eigenes neues Backup zum Test an. Da sage ich hier mal Add Backup. Ich nenne das einfach Test dynamische Routen. Hier habe ich es schon drin von meinem Test vorhin. So, das packen wir hier rein. Wir müssen ein Ziel auswählen, so wie in dem Video zum Backup bereits erläutert, müssen wir ein Ziel auswählen. Das haben wir dann hier also auch. Ich gehe also hier auf die Backup-Konfiguration nicht näher ein, denn da habe ich ja bereits in der Einführung auf das entsprechende Video, auf den entsprechenden Beitrag verwiesen, wo man sich diese Information rausholen kann. Und jetzt müssen wir hier vor der Sicherung ein Skript einfügen, welches ausgeführt wird, um den Inhalt der Konfiguration zu sichern. Und bei der Wiederherstellung, nachdem die Wiederherstellung erledigt ist, zum Schluss wieder ein Skript, welches die Konfiguration der dynamischen Routen wieder in die Datenbank zurückschreibt. So, da gehen wir einfach mal hier drauf. Sie sehen, ich habe es hier schon in meinem Speicher drin, diese Pfade und natürlich auch die Dateinamen. Das bekommen Sie von mir in einer Konfigurationsdatei, die ich zum Download im zugehörigen Blogbeitrag bereitstelle, mitgeliefert. Dazu finden Sie in dem Blogbeitrag natürlich auch die beiden Skripte für das Sichern und Wiederherstellen der Konfiguration der dynamischen Routen. So, dann packen wir das also hier rein. Und dann sind wir hier soweit fertig. Das Ganze können wir einmal speichern und dann ist hier ein entsprechendes Backup konfiguriert. Und wir müssen jetzt nur noch dafür sorgen, dass die Skripte, die wir hier aufrufen, natürlich auch sich auf der FreePBX befinden. Das machen wir mithilfe unseres WinSCP. Hier sehen wir ja den gesamten Verzeichnisbaum. Und hier bewegen wir uns in das Verzeichnis War, Lib, Asterisk und dann hier in das Verzeichnis Bean. Und hier packen wir diese beiden Skripte mit hinein. Die Skripte ziehe ich mir mal aus einem lokalen Ordner jetzt einfach hier rein. Da haben wir sie dann hier. Eins, zwei, Dyn Rest für Restore, Dyn Back für Backup. So wie die Skripte jetzt hier drin sind, werden sie wahrscheinlich nicht funktionieren. Das habe ich bei meinen Tests festgestellt. Da müssen wir noch eine kleine Nachbearbeitung vornehmen. Wir öffnen sie also mal mit Notepad++. Da habe ich es hier. Und jetzt müssen wir einfach nochmal eine Zeichenkonvertierung vornehmen. Sie sehen, hier oben kann man es jetzt nicht speichern, weil wir ja keine Veränderungen vorgenommen haben. Aus dem Grund mache ich einfach mal ein Leerzeichen rein und mache es wieder raus. Jetzt kann ich hier speichern. Vor der Speicherung, obwohl es schon auf UTF-8 steht, sage ich nochmal konvertiere zu UTF-8 und speichere es dann ab. Mache ich das nicht, kriege ich Probleme beim Starten dieses Skripts. Das habe ich zumindest bei mir in meiner Testversion so festgestellt. So, damit ist das erledigt. Und nun gehen wir hier zu Dyn-Rest, öffnen das, machen wir das Gleiche. Einmal eine Leerstelle rein und die wieder raus. Die Kodierung einmal nochmal auf UTF-8 und speichern. Und dann sind wir damit auch fertig. So, jetzt müssen wir noch ein paar Rechte vergeben. Da machen wir einen Rechtsklick auf die erste Datei. Gehen hier drauf, sagen hier 0755 und setzen die Gruppe auf Asterisk. Speichern das Ganze ab und dann gehen wir zu dem Skript Dyn-Rest, machen hier das Gleiche, setzen das auf die Rechte 0755 und geben hier als Gruppe Asterisk ein. Und dann sind wir damit schon fertig. Jetzt ist alles konfiguriert und jetzt können wir das einfach mal testen, indem wir hier in unsere FreePWX-Verwaltungsoberfläche gehen und hier unser Backup, welches wir eben konfiguriert haben. Sie sehen, ich habe ja wie gesagt auf die Module nicht weiter geachtet, aber wo wir zumindest hier den Aufruf der Skripte hinterlegt haben. Dieses Backup werden wir jetzt starten und werden mal schauen, ob er die Backup-Dateien erstellt. Also nehmen wir das, klicken hier auf den Pfeil und das Backup läuft. Ich halte das Skript jetzt so lange an, denn das läuft einen Moment und wir machen weiter, wenn das Backup fertig ist. So, das Backup ist fertig. Wir können also hier mit Close schließen und jetzt schauen wir mal in unserem WinSCP, ob die Dateien auch entsprechend gesichert wurden, ob die Daten gesichert wurden. So, da gehen wir wieder in den WinSCP und die Daten, so wie ich das in dem Skript konfiguriert habe, landen hier im Verzeichnis var-spul-asterisk-backup. Und da sehen wir hier, ja, diese beiden SQL-Dateien, das sind die Dump-Dateien für die beiden Tabellen, in denen die Konfiguration der dynamischen Routen in der Asterisk-Datenbank steht. Die sind hier angelegt und hier oben drüber ist auch das Backup der restlichen Dateien. Sie sehen, das haben alle dieselben Zeiten. Das hier ist also jetzt unser gesamtes Backup. Wenn Sie sich dieses Backup lokal herunterladen möchten, dann haben Sie die Möglichkeit natürlich, das von hier aus zu tun, aber Sie müssen diese beiden Dateien jetzt mitnehmen, zusammen mit dem Backup. Und bei einem Restore müssen Sie die Dateien hier, diese beiden natürlich wieder in dieses Verzeichnis vorher hineintun, weil von dort wird beim Restore werden diese Dateien aufgerufen, um dann das Restore entsprechend vornehmen zu können und die Daten wieder herstellen zu können. Damit ist es soweit erledigt und jetzt wollen wir natürlich auch ein Restore testen. Und um zu sehen, ob das Restore funktioniert, mache ich ganz einfach eins. Ich gehe hierher und ich werde meine dynamischen Routen löschen. Denn nach dem Restore müssten sie ja dann wieder da sein. Also löschen wir die hier raus. So, dann ist das erledigt. Einmal Konfiguration anwenden. Und jetzt werden wir das Restore mal testen. Das heißt also, ich gehe wieder hier auf sichern und wiederherstellen. Gehe jetzt auf wiederherstellen und sehe hier das letzte Backup. So, und aus diesem Backup werden wir jetzt mal die Daten wiederherstellen, also ein Restore machen, indem ich das einfach hier anstarte. So, das Restore läuft jetzt eine Weile. Ich werde wieder das Video anhalten, bis es fertig ist und dann machen wir weiter. So, das Restore ist abgeschlossen und Sie sehen auch hier, dass das Skript abgearbeitet wurde. Und dann wollen wir mal schauen, ob die dynamischen Routen wieder da sind. Dazu gehen wir einfach wieder in Anwendungen, dynamische Routen und schauen mal. Und die dynamischen Routen sind wieder da. Das heißt also, das Backup wie auch das Restore hat funktioniert. St. Goma hat wie gesagt zugesichert, dass die Einarbeitung der Sicherung der dynamischen Routen in die Backup-Lösung noch erfolgt. Und das ist ja auch nur logisch. Aber im Moment haben wir das wie gesagt nicht. Und mit dieser Variante haben wir eine akzeptable Zwischenlösung. Wenn Sie selbst eine FreePBX einsetzen oder einsetzen möchten und Unterstützung bei der Konfiguration brauchen, dann können Sie sich gerne an mich wenden. Meine Kontaktdaten finden Sie auf meiner Website www.gripsch.de oder auf blog.gripsch.de. Denn da haben Sie auch ein Mailformular, mit welchem Sie Kontakt mit mir aufnehmen können. Sie finden dort natürlich auch meine Telefonnummer, um mich direkt anzurufen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann bitte ich Sie wie immer um einen Daumen hoch. Ich würde mich ebenfalls freuen über ein Abo, welches Sie da lassen. Für heute soll es das gewesen sein. Danke, Tschüss und auf Wiedersehen.